Geil! Die Waffe heißt nicht umsonst geil. Letzte Waffe für Interstellar. 19 kills müssen wir machen und dann haben wir Interstellar, Baby. Bitte, bitte keine Versauer-Map-Map-Was? Versauer-Runde, wo die Leute aufs Dach gehen. Come on. Ab geht der Peter. Last Round, finderste da. Bam. One Shot. Gegen ein 5-Mann-Team. Gegen 5-Mann-Team-Gull. naja gut. Geiles Lied. Geiles Lied. 18 noch. Oh mein Gott, die spielen irgendeine ganz kranke Scheiße. Bitte nicht. Bro, ich sehe nur Feuer. Ich sehe nur Feuer. Ich sehe nur Feuer. Ich treffe gar nichts. Hallo? Bro, die spielen Feuer Shotgun aus MB2 oder so. Und Armbrust und Scheiß. Egal. Scheiße. Lass mich nicht abpacken. Lass uns nicht abpacken. Lass uns nicht abpacken. Was hab ich gesagt? 19 bauen wir, ne? Digga. Also ein ganzes Läubes Spiel Feuer Shotgun. Ist das geistkrank. Du gehst nicht nach oben. Lass es. Feuer Shotgun. Feuer Shotgun in meiner Runde, wo ich Interstellar spiele. Egal. Da müssen wir jetzt durch. Wir haben gesagt, das ist die Runde. Also das ist die Runde. Oh, der Revolver ist so geil. Ja, der Revolver ist so geil. Klasse ist auf meinem YouTube-Kanal. Als Short. Shortgun mach vorbei. Elf noch. Elf noch. Hallo? Treffe nichts. One-Shot-Kills? Nein, einfach nur mit Visier. Du musst nur mit Visier-Kills machen. Mach keinen Scheiß jetzt hier. Zehn Kills noch. Du musst einfach nur mit Visier drauf haben. Acht noch. Acht noch. Ich fühl's grad so sehr mit der Musik. Ich fühl's grad so sehr. Sechs. Fünf. Das ist das Spot-Bonus hier auf Rust. Vier. Oh, zwei auf einmal. Zwei noch. Einer nach. Bam! Interstellar, Baby, zeig's mir! Was? Ja, okay. Ich hab Schmerzenfakt bekommen. Interstellar. Perfekt auf den Drop. Oh, ja, wir haben es! Meine erste Mastery Camo of all time. Und jetzt machen wir noch eine richtig geile Runde draus. Jetzt machen wir noch eine richtig geile Runde draus. Digga, auf einmal kam es. Ich hab Herzen verkackt. Ich dachte, ich hab's doch verkackt. Nein, nein, wir spielen direkt. Wir machen noch eine richtig geile Runde mit der Dings jetzt raus. Ich bin mit frei. Ich kann jetzt endlich sweaten. Jetzt sweaten wir. Oh, ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Wir machen jetzt hier noch ein 100 plus. Sunny mit 10 gibt's und Zapps. Chat, das war ganz kurz wie wieder. Chat, das war ganz kurz wie wieder. Kuss, kuss, kuss. Wir haben einfach nur so lange. Geil. Wir haben durchgezogen, Chat. Wie wir gesagt haben, wir haben nach 14 Stunden durchgezogen. Spencer, danke für den Zapp. Kuss, kuss, kuss. Was? Ist da jemand oben? Nein, die gehen nicht mehr nach oben. Geil. Lass mit der Feuerschock an. Lass es. Wirklich. Wir versuchen die Drohne online. Alter, ich sehe gerade Zapps reinflattern auf der Rechtsseite. Markus, Ahnung mit 5 gibt's, Zapps. Chat, das war nochmal ganz kurz wie wieder. Kuss, 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 kuss. Dankeschön. Alter, so ein geiles Gefühl, die Mastery-Kammer zu erspielen, ne? Ist schon ein sehr geiles Gefühl. Endlich kann man jetzt retten. Endlich kann man jetzt retten. Gleich packen wir sie noch drauf. Wie gesagt, an die heute gerade alle da sind, die mir gerade zuhören. Ich werde probieren, bis Mittwoch, Donnerstag, allerspätestens Freitag, bringe ich auf dem Hauptkanal ein Video raus, wo ich zu jeder einzelnen Tarnung Tipps und Tricks raushauen werde, wie man sie am schnellsten bekommt. Oh, geil! Oh, wie! Jede einzelne Tarnung werde ich durchgehen und mit dem Videobeispiel auch zeigen, wie man es am besten, ja, wie man es am besten macht. Das wird ein richtig langes, aufwändiges Video, aber ich denke, es wird auch ein geiles Video, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ja, kommt wie gesagt allerspätestens Freitag. Ich werde mein Bestes geben. Es wird aber auch ein geiles Videoprojekt, glaube ich. Ich habe extra die ganzen Clips gespeichert, wie ich die ganzen Tarnungen gespielt habe und so weiter. Alter, was passiert denn hier gerade im Chat? Hemphali mit einem Prime im zweiten, im wichtigsten Monat. Joni mit 5 Gifte-Zaps und Spetser haut nochmal 10 Gifte-Zaps obendrauf. Chat, lass mal ganz, 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 die wieder. Oh, Digga, mit der Musik passt es gerade auch so gut, ne? So geile Drops. Das hört man da im Uncut-Upload dann jetzt gleich nicht. Aber es ist so perfekte Musik gerade die ganze Zeit, geil. Besser Tipp, immer ruhig bleiben. Ja, das hat mich vor allem auch sehr gut durchgezogen. Immer schön ruhig bleiben. Nicht aus der Fassung bringen lassen. Keep cool. Keep calm. Tot. Stun. Ja, sein mögen. Oh mein Gott, mein Aim. Ich freue mich so mit der Waffe zu grinden. Oh, die Nades. Boah, die mich die ganze Zeit stunnen. Boah, ist jetzt so ein Fünf-Mann-Team, ne? Die sprechen sich wahrscheinlich auch ab, wo ich die ganze Zeit bin, ne? Um dann die ganze Zeit die Stunzer hinzuwerfen. Und dann die ganze Zeit die Stunzer hinzuwerfen. No way! Nicht in meiner Interstellar-Runde! Ich habe die Gegner zum Quitten gebracht. Ja, supergeil. Scheiße. Nein, ich hätte vielleicht sogar 100 plus machen können. Nein. Ach man, was habe ich mit den Gegnern getan. Man. 70 Kills, aber entspannt. In der ersten Runde, wo ich wieder sweaten konnte. Können die aufhören, die ganze Zeit Stunts werfen auf mich? Stell dir vor, ich hätte den Nuke erspielt. Der hätte nicht mal wieder Predator getötet. Der wird jetzt wieder hier spawnen, ne, doch nicht. Können bitte Leute nachjoinen, wäre übergeil. Er wird wieder einen Stun werfen, sag ich. Ne, doch nicht. Boah, er wird jetzt so durchgereicht, ne? Boah, der Arme. Sie sind überwältigt, so soll es auch bleiben. Ach man, warum sind die rausgegangen? Aber egal. 75 Kills in der Interstellar-Runde. Lasst ein Like und ein Abo da. Geil, geil, geil. Ey, nach 14,5 Stunden hier grinden, haben wir dann endlich Interstellar bekommen. War auch eine sehr schöne Runde. Nochmal Last Kill hier auch nochmal wichtig. Junge, 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 Junge. Wild, wild, wild. Eigentlich müssen wir uns noch Interstellar-Kleim, die müssen wir uns noch angucken, schnell. Die gucken wir uns viel an. Cut-Upload, schauen wir uns jetzt noch die Mess. Wir schauen uns jetzt noch Interstellar an. Wir müssen sie zeigen. Oh, da ist es. Da ist es. So, wir machen sie auf die Holger. Oh, Fake, ihr habt auch mal eine 10er Sub-Bomb raus. Stellt das nochmal ganz kurz wieder. Da ist sie, Baby. Da ist sie. Oh, sie ist so schön. Sie ist so schön. Was sagt ihr von 1 bis 10? Wie findet ihr? Schreibt sie in die Kommentare oder auch in den Twitch-Chat. War schwer. Es ist schon die einfachste Mastery Camo, die es gibt, glaube ich. Aber, ähm... Warte, es gibt ja hier, es gibt ja hier Dings. Schießstand. Nein, völlig falsche Waffe ausgewählt. Da ist sie, Baby. Oh, geil. Geil, geil, geil. Was sagt ihr von 1 bis 10? Ich würde... Ich würde der Waffe, äh, der Tarnung ne... Ne 9? Ist schon sehr sick. Aber vielleicht sogar 9,5. Ne, reaktiv ist sie leider nicht, also... Oh, sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus. Oh, nice. Ey, mach mich grad richtig... Und ohne irgendwie boosten und so weiter. Ohne boosten, was, äh, was diese Doppelabschlüsse angeht und so weiter. Fühlt sich schon sehr belohnt an. Ist schon sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr nice. Naja, gut.